ja dann wollen wir mal sehen ich habe ich weiß ich aber ich denke mal die müsste schon draußen sein ja ich habe ich habe gestern geguckt war sie noch nicht drin na ja dann schauen wir mal der volk wirklich an uns vorbeifahren weil das einzige erforderung hat in der ersten runde er ist das wird gleich richtiges eis spielchen und werden start am besten kriegt ich hoffe ja eventuell dass ich den schindler am stark bekommen ja machst du jetzt mit kupplung ohne ohne ja nach voll voll gas und dann aber dann wirklich dann vorsichtig ja ja dann vorsichtig aber der aber der läuft nicht ab das hatte ich ja gedacht also wenn du das beim beim amg gt3 ist vorbei lukas ja wenn du aber nachher im zweiten rennen einen boxenstopp machst musst du mit kupplung losfahren echt an denken ja sonst bleibst du halb stehen ok 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 das wichtig ja danke ok bitte bitte aber jetzt ist ja kein stopp ne jetzt einfach 20 minuten gipi ach so du machst am frühstart ja kann ich dir zeigen wie es geht ja warte ich ich gucke beim start nach hinten dann sehe ich es ich sehe dich da hinten sogar wo stehst du volker 13 13 ok ok dann viel glück ne ja 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 ich sehe dich bis zum nächsten mal drauf im nächsten mal live wo ist es passiert wenn er wie ist es passiert wenn er Da muss ich mich so in der Box. Hey! Och Mann! Ja, schön. Hat mich auch einer gleich rausgeschoben. Ja, super. Ja, also wie gesagt, wie man letzter wird, das ist wirklich cool. Ja, du könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Also glaubst du es nur? Also jeder Arsch totzt dich hier hinten und vorne an. Weil du dich nur ein bisschen berührst. Ja, ich habe von allen Seiten immer einen Schubs gekriegt. Jetzt geht es mir draus, rechts, links, rüber und rüber. Ja. auf geht's es geht du bist du da hat er die 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 So, komm ich nicht weg. Es ist schon wieder weggedreht in der Schikanie, da muss ich natürlich reinfahren. Ja, Platz 16. Mir ist an der Zug vorhin. Vier Plätze gut gemacht. Mir ist am Start in der ersten Kurve einen reingefallen, ich bin wirklich sauer. Ich habe alles verloren, ich bin von 13 auf 21. und ich muss mich mit einer Zwiebel in den Schaden darin tun. Ich mache es unsere Zwiebel. Ich mache es meinen Zwiebel. Wicke ich spiele. Ich mache es einen Haar-Nasen. Ich mache es einen Teufel. Die Zwiebel waren meist nicht ganz schlecht und ich mit dem Material. Ich mache es einen neuen Zwiebel. Ich mache es einen Reigen. Ich mache es mit dem Zwiebel. Pass auf Michi! Okay! Aufpassen, Riener! Oh! Mann! Arschloch! Achtung! Ich komme auch! Vor! 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 Ich bin außen! Ja! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Pass auf! Danke! Pass auf! Ja, ja! Auch der Schikane! Ich bin schon auf 13 Pro! Gibt's ja gar nicht! Ja! Dann pass nochmal zur Attacke! Gut das! Ah! Ah! Ja! 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 Also ich hab ständig heute so ein Mikrolex. Das lässt sich scheiße fahren. Das war nicht schön bisher. Ja, die vor mir haben mich irritiert. Und vier Plätze wie immer. Ja. Ja. Fabian, Fahrbeck legt. Ich hab's gesehen, Lukas. Super, gell? Ja. Denk dir mal an. Okay, Lukas. Dann bin ich vorbei. Ach so. Meine Fresse. Okay. 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 Ich lass den jetzt ziehen und der soll das jetzt mal probieren. Ja. Ja. Wenn er nicht selber einen Scheiß baut. Okay. Jetzt ist er fuhrt. nicht. Oder nicht. Nee, da ist er wieder. Ja. Ja. Das springt so hin und her, oder was? Ja. 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 Ich werde sie nicht einsch praten. Ich werde sie nicht mehr mit dem. Ja. 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 Gelb, gelb. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sorry Lukas. Schade, wenn du schon einen Platz gewinnen würdest, hättest du auch wohl. Schaffst du Volker? Ja, mach ruhig. Ich bin hier am Schwitzen. Es ist unglaublich. So warm bei mir oben. Ich bin hier. 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 Langsam. Du musst nicht mehr hin, Lukas. Nein, du kannst nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Achtung Kölbier irgendwo. Ah, na. Ich muss mich da anfangen. Ja, nicht so geil. Ja. Ja, wie gesagt, ich war am Start auf der Ausnahme, ach so ihr fahrt auch da. Ja, ich auch, ich war in der dritten Kurve, hab ich dann durch die Wiesn, weil mir in einander mehr reingerutscht ist. Seid ihr durch oder fahrt ihr noch? Sind durch, ja schade. Ja, wie gesagt, ich war am Start auf der Außenbahn der ersten Kurve und ist einer halt volle Möhre hinten reingefahren. Ach, mich haben sie auch voll rausgeschoben und dann noch immer rein und noch mal ins Auto und noch mal ins Auto. Ich hatte noch 10 Liter Sprint überall jetzt. 8,5. 8,9. Platz 14. Das Geruckel geht mir auf den Sack. Ich hab's. Kann er jetzt noch mal vom Server, also muss man gucken, woran das liegt. Zum Schluss einmal gehabt. Zwei, drei Minuten vor Ende. Ich keine Ahnung woran das liegt. Naja, aber ich... Ja, die Pace, die war... Michi, du bist ja echt schnell, du Heidi Witzker. Da kam ich am Ende nicht mehr ran. Und das nahe hinten dran fahren, hab ich gemerkt im Mittelsektor, das ist halt echt tödlich. Ja. Also wirklich da hinten nah dran sein, dann dirty air und dann siehst du den Scheitelpunkt nicht und dann ist vorbei. Jetzt sind die ersten 10 umgekehrte Startreihenfolge. Ja. Also wir sind 3 und 8, äh 3 und 2. Ich sag ja, ich bin auf 11. Platz 7, Platz 8...